Istanbul getragen hat, denn die weißen Hemden mit rotem Kreuz erinnern den Anwalt an den Aufzug der Tempelritter während der Kreuzzüge in der Türkei. Zitat hier, dieses Kreuz erinnert mich an blutige Tage unserer Vergangenheit. Während ich das Match verfolgte, spürte ich einen tiefen Schmerz in der Seele. Inter wollte mit diesem Trikot die Überlegenheit einer Religion manifestieren. Ja, kaum zu glauben, aber das Gericht nimmt diesen Antrag ernst und deshalb muss sich jetzt die UEFA und sogar die FIFA damit beschäftigen. Im Gespräch ist sogar ein Punktabzug für Inter Mailand. Eine verrückte Geschichte zum Schluss unserer Sendung. Jetzt gleich nach dem Handball.